Sneakers for Life heißt Schuhe für den guten Zweck und die könnt ihr ersteigern in unseren Auktionen auf kleck.in sowie diesen wunderschönen Air Max 90 Hyperfuse Independence Day vom Asphalt Gold aus Darmstadt zur Verfügung gestellt, gespendet für diese Auktionen. 2013 kam der Schuh raus, richtig gehypt wurde er dann als Kanye West mit den Modellen rumgerannt ist, seinerzeit ja noch als Designer für Nike tätig, mittlerweile bei Adidas. Es ist auch ein Quickstrike gewesen, das heißt die Dinger sind auch sehr selten und ihr kriegt die Chance einen dieser seltenen Schuhe zu ersteigern, hier bei unserer Auktion Sneakers for Life. Wir haben einen weißen in Größe 40, also US 7 für euch. Viel Spaß beim Bieten und denkt dran, es ist für die Krebshilfe, ihr rettet ein Leben.